Hans Fried-Erichs ist ein deutscher Politiker und Manager. Er war von 1972 bis 1977 Bundesminister für Wirtschaft, Leben und Beruf. Nach dem Abitur 1950 absolvierte Fried-Erichs ein Studium der Rechtswissenschaft in Marburg, Graz und Mainz. In Marburg wurde er Mitglied des Korps Teutonia. Die Ausbildung beendete er 1959 mit dem zweiten juristischen Staatsexamen. 1957 erfolgte seine Promotion zum Dr. Juer. Er war dann bis 1963 Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen in Bingen. Nach der Ermordung des Vorstandsprechers der Dresdner Bank Jürgen Ponto durch RAF-Terroristen trat Fried-Erichs 1977 in den Vorstand der Dresdner Bank ein und amtierte hier von 1978 bis 1985 als Vorstandsprecher. Der direkte Wechsel von der Politik in die Wirtschaft wurde kritisiert. Der einstige Wirtschaftsminister Friedrichs hatte damit plötzlich ein rund, zehnmal höheres Gehalt als der deutsche Bundeskanzler. Im Jahr 1983 geriet Fried-Erichs ins Ziel lichtet der Flick-Spendenaffäre. Das Magazin der Spiegel hatte aufgedeckt, dass der Flick-Konzern Gelder an Parteien und ihnen nahestehende gemeinnützige Organisationen gezahlt hatte, ohne dass die Zahlungen beim Finanzamt korrekt abgerechnet worden waren. 1983 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn wegen Bestechlichkeit. Als sie 1985 eine Anklage wegen Steuerhinterziehung nachschob, trat Fried-Erichs als Vorstandsprecher zurück. Am 16. Februar 1987 sprach ihn das Bonner Landgericht mit einem Freispruch dritter Klasse, zwar vom Vorwurf der Bestechlichkeit frei, verurteilte ihn aber wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe in Höhe von 61.500 Mark. Die Richter urteilten, es bestehe der erhebliche Verdacht, dass der Flick-Konzern Fried-Erichs die angeklagten Barzahlungen tatsächlich hat zukommen lassen. In seine Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender der Minol AG 1992 fiel die Leuner-Affäre. Fried-Erichs gehört den Aufsichtsräten der Goldman Sachs Investment Management GmbH, der Leica Chemer AG und der Schneider Electric SA an. Von November 2007 bis Mai 2009 war er Aufsichtsratsvorsitzender der Adidas AG. Außerdem bekleidet er dieses Amt bei der Alit AG Kunststofftechnik in Bad Kreuznach. Fried-Erichs ist Ehrenvorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Stadtwittlich und Mitglied im Gründungsvorstand der im Juni 2005 in Mainz gegründeten Stiftung ab Museum Bahnhof Rolandseck. Er war bis zum 31. Dezember 2013 Vorsitzender des Hochschulrates der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und war zudem Vorsitzender des Hochschulkuratoriums der JGU. Im Sommer 2006 scheiterte der Wahlvorschlag für die Präsidentenwahl der Universität. Zwei der drei vorgeschlagenen Kandidaten zogen ihre Kandidatur vorzeitig zurück. Der erneute Vorschlag des Kuratoriums unter Fried-Erichs Vorsitz stieß auf Kritik. Da wiederum nur externe Kandidaten herangezogen und dem Kuratorium zudem von studentischen Senatsmitgliedern Verfahrensfehler vorgeworfen wurden. Am 18. Januar 2008 wurde ihm in Mainz die Ehrenmitgliedschaft der Wirtschaftsjunioren Rheinhessen im Rahmen ihrer Neujahrstagung verliehen. Partei Seit 1956 ist Fried-Erichs Mitglied der FDP. Von 1963 bis 1964 war er stellvertretender Bundesgeschäftsführer. Von 1964 bis 1969 war er dann Bundesgeschäftsführer der FDP. Von 1974 bis 1977 amtierte er als stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP. Abgeordneter Bis 1964 war Fried-Erichs Mitglied des Kreistages von Bingen und dort ab 1960 Vorsitzender der FDP-Fraktion. Von 1965 bis 1969 sowie von 1972 bis 1977 war er Mitglied des Deutschen Bundestages. Öffentliche Ämter 1969 wurde Fried-Erichs vom damaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl zum Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz ernannt und behielt als Vertreter der FDP dieses Amt auch nach dem Ausscheiden der FDP aus der damaligen CDU-FDP-Koalition des rheinland-pfälzischen Landtags noch inne. Nachdem die CDU bei den Landtagswahlen im Frühjahr 1971 die absolute Mehrheit gewonnen hatte und die Regierung alleine stellte. Nach der Bundestagswahl 1972 wurde er am 15. Dezember 1972 im zweiten Kabinett von Bundeskanzler Willy Brandt zum Bundesminister für Wirtschaft ernannt. Dieses Amt behielt er auch unter dem seit 1974 amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt. Am 7. Oktober 1977 gab Fried-Erichs überraschend sein Amt auf und wechselte in den Vorstand der Dresdner Bank. Ehrungen 1974 Alexander Röstow Plakette 1977 Großes goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich 1976 Kolumbus Ehrenpreis der Vereinigung deutscher Reisejournalisten 1978 Großes verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland Jahrhundert 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 Jahrhundert